Logbuch Eintrag Nummer 30, Captain Kirkbeard am Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam macht Fortschritte bei ihrem Weg durch den Sumpf, auch wenn sie auf Probleme stoßen in Form von Sludge-Bewohnern. Schon wieder ein Sludge-Warrior, um genau zu sein. Dieses garstige Viehzeug, wie können diese Höhlenbewohner hier so leicht damit klarkommen? Wahrscheinlich meiden sie die Sumpfe einfach. Eine Option, die wir nicht haben und die wir auch nicht brauchen. Wir sind immerhin Zwerge. Wir kriegen alle Probleme gelöst und unser Außenteam ebenso. Ja, hoffe ich doch jedenfalls mal. Ich sehe da noch einen blauen Kristall übrigens. Und dort wäre ein Heilstein. Gut. Jetzt muss ich bloß noch vorsichtig hier wieder rauskommen. Da, wo ich reingekommen bin. Das wäre hier. So. Gut. Wo sind eigentlich meine anderen beiden? Achso, da drüben. Okay, die bringen wir jetzt vorsichtig irgendwie hier außen rum. Oh. Das hier sieht aus wie ein kleines Piratenlager. Also ein Vorposten der Piraten. Oh, und ich muss gucken, ob ich die Heilsphäre... Ach nee, das sind Spucker. Da ist die Heilsphäre. Aber wie komme ich an die ran? Das ist jetzt die gute Frage. Den kann ich so verscheuchen. Das ist kein Problem. Ich hätte nämlich gerne wieder einen von Smash Fist. Und das wird wahrscheinlich eher das Problem sein. Da durchkommen und den Smash Fist heilen. Ja, okay, das ging. Jetzt schnell wieder weg da. Und die Truppe wieder auf einen Haufen. So. Okay. Das mögen die scheinbar nicht so wirklich. Wenn ich einen von ihnen umballere. Ja, mögen sie definitiv nicht. Aber das geht jetzt gut. So. Hm. Okay, das war die Truppe hier. Ah, wie komme ich da ran? So, komme ich da dran. So komme ich hier hin. So, was hat mir das jetzt gebracht? Außer, dass ich da den Ausgang finde. Oh, da drüben liegt noch was. Schickes, das ich gerne hätte. Wow. Aber da dran ranzukommen. Ist jetzt eine Herausforderung. Ich habe es gekriegt. Kriege komme ich auch wieder heil zurück. Ja, komme ich. Gut. So, das da ist eher das Problem. Das hätte ich nämlich eigentlich auch ganz gerne. Ah, ich kann hier auf dem Steg entlang laufen. So, das ist jetzt wieder jede Menge gelbes Zeug. Und blaues Zeug, was ich hier eingesammelt habe. Also ja, Energiezellen sind hier ganz schön viele. Hilft vielleicht die Truppe etwas abzugraden. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall jedem mal zwei Sheet Booster reinpacken. Was kriegt der Smash Fist am besten noch ein Drittes. So, was kriegt der Smash Fist jetzt? Fortress. Leben in Stone Form. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Und ich habe Fire Fury vergessen. Das ist nicer. Dann kriegt er Fortress als nächstes. Forza hat einen Punkt. Mit einem Punkt kann er nichts anfangen. Es fehlen ihm aber nur noch fünf. Du hast drei. Drei Punkte gibt auf jeden Fall in der Shadow auf die zweite Stufe. Was ich gut finde. Oder ich könnte das hier machen. Nein, das finde ich mächtiger. So. Jetzt hoffen wir mal, dass hier nirgendwo mehr. Es gibt noch vier Steine in diesem Gebiet. Okay. Ja, sorry, aber die kann ich jetzt nicht liegen lassen. Ich muss nur aufpassen, dass mein Shadow nirgends versinkt. Komm, bewege dich mal ein bisschen hier raus. Gut, wo könnten noch welche sein? Au. Das ist nicht so toll. Hm. Weil hier den Schiffswracks habe ich doch eigentlich alles. Oder? Ja, sieht eigentlich danach aus. Hm. Da war eigentlich auch nicht mehr wirklich was. Hm. Höchstens da hinten, wo ich den Wurm... Äh, den... Den Wurm. Hier hinten habe ich doch die... Die eine Krabbe getötet. Aber die wird doch nicht hier was bewacht haben. Ne, denke ich nicht. Vor allem, weil ich gleich wieder am... Absaufen war. Da war nur der Weg... Äh. Das kann ich jetzt leider nicht so hinnehmen. Ich habe die Rüstung gerade erst repariert. Wow. Ja, gut. Da ist nichts mehr. Das ist jetzt sicher. Äh, nein, 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 nein. Nicht schon wieder da durch. Weil hier sieht das auch nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Also gut, zurückdöschen. Äh. Dich kriege ich nur mit dem Schuss. Da weg. So. Dich wahrscheinlich auch nur mit dem Schuss. Äh, habe ich da gerade was gelb leuchten gesehen? Jetzt schon können hier irgendwas gelb durchgeglitscht. Wird wahrscheinlich nur der da gewesen sein. Äh. Jetzt laufe ich ab, oder? Ja. Also gut, das Einzige, was ich noch weiß... Wow. Weil hier ist überall... Wurm. Kann ich die nicht friggern? Indem ich einfach auf sie drauf schieße. Also hier hinschieße. Nein. Schade. Also nochmal nach hier oben. Anderer Ort würde mir jetzt nämlich nicht so auf Anhieb nicht einfallen. Wo noch was sein könnte. Da halte ich mich erst mal fern. Würmer. Der hatte mich das letzte Mal erwischt. Weil hier ist auch nichts. Nein. Hier sind nur die ganzen Eier. Die hatte ich aber alle schon. Hier bin ich auch schon gewesen. Hier habe ich zum Beispiel gerade was gesehen. Durch glitschen. Jetzt gucke ich mal kurz. Das sieht nämlich so aus, dass ich auch mal hindäschen könnte. Na. Wo war mein letzter Safe? Ah, genau an der Stelle. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen merkwürdig hier. Da ist der Heilstein. Tja, von hier oben aus komme ich ansonsten nicht. Ist das da so eine Nebenhöhle, in die man reinkommt irgendwie? Ja, irgendwie schon. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich da hingekommen bin. Ja, super. Jetzt ist mein ganzes Team irgendwie geteilt. Gete all your Characters first. Hey, hey, hey. Ich habe nämlich jetzt echt keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Also ja, ich habe schon eine Ahnung, wie ich da hingekommen bin, aber... Oh, nicht versinken. Ah. Okay, Trick 17. Gut, mal kurz speichern. So, Shadow kennt den Weg. Nicht mehr. Das war nämlich, glaube ich, darüber. Auch wenn es sehr knapp ist. Ja, ich will die Zwerge noch schnell in die Höhle da bringen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es so eine Nebenhöhle ist. Über die man wieder zurückgehen kann nachher. So. 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 So, ich habe mir Shadow jetzt ab. Ja. Okay, das war nichts. Da war ich nämlich richtig falsch gelaufen. Okay. So, Shadow. Äh, nein. Erstmal darüber. Nämlich. Und von da aus dann darüber. So. Das fehlt noch der Forster. Und dann können wir in die Höhle rein. Genau. Hier können wir nämlich durch, ohne dass eine Meldung kommt. Wow. Also nehme ich einfach mal an, dass... Dass hier eine Nebenhöhle ist. Aber ja, gut. Abschluss. Logbuch-Eintrag Nummer 30. Captain Kirkbeard. Zwerge sind eben Zwerge. Wir haben unserem Außenteam mitgeteilt, dass wir in einer nahegelegenen Höhle durch unsere Scans noch einige Energiekristalle geortet haben. Und natürlich zwergische Gier, wie soll es anders sein, treibt sie dazu an, diese Höhle zu suchen. Anstatt sich weiter auf dem Weg vorwärts zu machen. Ja, was soll man sagen? Wir sind Zwerge. Wir holen alles raus, was geht, weil alles, was wir haben, das hilft uns. Und so hoffe ich auch, dass es unseren Zwergen da hilft. Ja. Hoffentlich sind sie bald wieder auf dem richtigen Weg. Kirkbeard. Ende.